Ja, Professor Sinn hat es gesagt, Griechenland muss aus dem Euro raus, es gibt keine andere Möglichkeit, also raus mit den Griechen, schön, dass es mal endlich jemand gesagt hat, der auch was bedeutet für die Politik, vielleicht müssen wir jetzt nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten und dann passiert auch endlich mal was. Ich gehe mal davon aus, dass nach den nächsten Neuwahlen kann sich dann eine neue Regierung dazu aufraffen, dieses Problem in den Griff zu nehmen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man noch vor dem Wahlkampf dazu bereit ist, solche Entscheidungen zu treffen. Es sei denn, solche Entscheidungen werden gerade aus wahlkampftechnischen Gründen noch vor dem Wahlkampf gelegt, dass man sagt, wir lösen es jetzt auf, aber da das alles etwas Zeit braucht, bis das seine Wirkung entfaltet, gehe ich mal davon aus, dass man damit bis nach dem Wahlkampf warten möchte. Aber gut, dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein Ziel und wie man hat es angesprochen, vielleicht kommen wir jetzt endlich mal dahin, dass wir tatsächlich tun, was wir tun müssen.